Das Abenteuer! Winnetoons, die Legende vom Schatz im Silbersee. Demnächst auf Disney XD. Bei Disneys Friends for Change dreht sich alles darum, wie ihr mit euren Freunden die Welt verändern könnt. Hi, ich bin Konstantin von Stanford. Und auf Tour mit meiner Band habe ich immer eine wiederverwendbare Trinkflasche dabei. Dosen und Plastikflaschen haben bei mir keine Chance. Wenn 100.000 von euch einmal die Woche auf eine Wegwerfflasche verzichten würden, könnten wir pro Jahr 200 Tonnen Müll sparen. Das sind etwa so viel wie 250 verkropperte Autos. Zusammen könnt ihr die Welt verändern. Also beginnt nach heute damit. Meldet euch online an bei Disneys Friends for Change.